Musik Im Norden ist das Freibad der kleinen Gemeinde Rheinsberg. Diejenigen, die den etwas anderen Wadespaß suchen, sind hier genau richtig. Genießen Sie die angenehmen Bodensprudler oder Massagedrüsen, springen Sie von den 1 und 3 Meter Türmen und rutschen Sie die 30 Meter lange Wasserrutsche herunter. Kinder können in kleinen Gruppen individuell Schwimmunterricht machen. Das findet dann täglich statt. Kinder, die schon schwimmen können, können auch Schwimmstufen ablegen, Gold, Silber oder Bronze. Wenn Sie sich anmelden, ist das fast jederzeit möglich. Lassen Sie Ihre Kleinen im Kinderbecken planschen und so manches Mal von der Rutsche Rosalie heruntersausen. Gegen eine Gebühr können Sie auch auf dem Campingplatz campen. Angrenzend an dem Badepark finden Sie unseren Campingplatz, der die ganze Saison für Caravans, Zelter und Camper geöffnet ist. Und wir haben unsere schöne Gaststätte zur Einkehr, die einlädt zum Verweilen, auch für Badegäste. Beehren Sie auch das Freibad Rheinsberg, wenn das Badeparkfest wieder beginnt. Wir haben in diesem Jahr speziell für Familien und Kinder ein Highlight eingeführt. Die Familienkarte ermöglicht für 5 Euro, einen Erwachsenen mit zwei Kindern einen ganzen Tag hier im Badepark Rheinsberg zu verbringen. Natürlich ist es auch für Gruppen möglich, unter Ermäßigung bei uns im Freibad einen ganzen Tag zu schwimmen und Erlebnisse zu haben. Erwachsene können das Freibad für 3 Euro und Kinder für 1,50 Euro von Mai bis Oktober 10 bis 20 Uhr besuchen. Also was wollen Sie mehr? Kommen Sie nach Rheinsberg in den Badepark und erleben Sie Freizeit und Spaß bei uns in herrlicher Natur. Kommen Sie nach Rheinsberg in den Badepark.